Hallo liebe Leute, ich begrüße euch und sage Hallo zu einem weiteren kleinen Info-Video. Und zwar wollte ich einmal sagen, dass ich einen Vlog-Kanal habe, der aber noch nicht so aktiv ist, weil ich nur 7 Abonnenten habe und für 7 Abonnenten möchte ich kein Video machen. Würde ich mich freuen, wenn ihr den abonnieren würdet und ich da ein bisschen mehr aktiv bin, in dem Kanal, bei dem Kanal, mit dem Kanal, wie auch immer. Espa Vlog, das heißt, der findet ihr auch auf meinem Kanal und immer unten in den Videos. Und eigentlich findet ihr den, wenn ihr auf meinem Kanal seid. Ja, wenn ihr da ein bisschen mehr abonnieren würdet, würde ich mich freuen. Dann könnte ich euch auch mehr aus meinem Alltag zeigen. Wundert euch auch nicht, dass das jetzt hier ein Webcam-Video wird, weil ich habe keinen Bock, das zu schneiden, weil das eben nur ein Info-Video ist. Und das eben nur schnell vonstatten gehen soll. Ich habe auch noch einen Twitter-Account, also ihr könnt mir da auch noch folgen, würde ich mich auch freuen, weil da kommen auch ab und zu meine Infos. Auch eine Facebook-Seite habe ich auch noch, da kommen auch ab und zu nochmal Sachen, die ich dann da schreibe, so wie Infos zu Espanidos oder, oder, oder. Ja, wenn ihr da ein bisschen mehr aktiv sein würdet, im Followern oder einfach folgen auf Facebook und so, dann würde ich mich freuen. Ich wollte euch das einmal kurz sagen und dann sage ich auch schon Tschüss für heute. Einen schönen Sonntag euch noch und Tschüss. Schnellen